Vama Pada Paschimottanasana ist die Vorwärtsbeuge mit dem linken ausgestreckten Bein. Vama heißt links, Pada heißt Bein. Vama Pada also linkes Bein und Paschimottanasana Vorwärtsbeuge. Interessanterweise sprechen wir im Deutschen von der Vorwärtsbeuge. Im Sanskrit Paschimottanasana heißt die hintere Streckung. Man kann also sagen, das ist die hintere Streckungsübung mit dem linken gestreckten Bein.